So, keiner weit und breit da, sehr schön, weg, 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 so, sieht gut aus. Ca. 30 Meter Abstand. Ja, das war ein ordentlicher Knall. Aber ich hätte es mir Döller vorgestellt. Alter, diese Rauchwolke, dass ich zuerst auf dem freien Feld. Okay, das hat ordentlich gefetzt. Alter, was für ein Schaden. Ja, wahrscheinlich 10 Cent mehr tief. Ja, Rasen ist nicht mehr da. Im Umkreis von einem halben Meter. Tschüss, bis zum nächsten Video. So.